Strom aus Windkraft, mehrheitlich produziert im Norden Deutschlands, muss am Ende aber auch dorthin gelangen, wo er benötigt wird. Das zu ermöglichen, daran arbeiten Netzbetreiber seit Jahren. Es gibt drei geplante zentrale Stromtrassen, eine im Westen, eine in der Mitte Deutschlands und eine im Osten bis zum Fluss Isar im Süden. Für die westlichste Trasse ist Betreiber Amprion zuständig. Bisher ging auch der Bundesregierung der Ausbau zu langsam voran, doch vor kurzem sorgte sie für beschleunigte Verfahren, auch vorangetrieben durch die Energiekrise. Der Ausbau der Stromnetze nimmt inzwischen gehörig Fahrt auf. Wir kommen sehr gut voran mit unseren Projekten und wir schaffen es sogar, einige Projekte vor dem geplanten Fertigstellungstermin umzusetzen. Also in den kommenden drei bis vier Jahren. Mehr als 22 Milliarden Euro will Amprion dafür investieren. Das sei positiv, doch ebenso wichtig sei auch der geplante schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien, fordern Expertinnen und Experten. Der Strombedarf wird sich schon deutlich erhöhen, aber insgesamt werden wir effizienter. Das heißt, es wird sich komplett verändern, weil wir dezentral so vor Ort eben viele Lösungen brauchen, was Speicherung angeht, was die Integration von Wärmepumpen und Elektroautos angeht. Und das ist die große Herausforderung. Da seien Staat und Betreiber in der Pflicht. Und das ist die große Herausforderung.